Hallo bei BILDNER TV, Fotovideo und einem neuen Video zu Luminar Neo in der Pro-Version. Heute habe ich mir eine Funktion angeschaut, die ich persönlich auch ganz, ganz interessant finde, gerade auch aus beruflicher Sicht. Ich muss immer mal wieder Motive, Objekte freistellen. Und es gibt in Luminar Neo Pro eine Funktion, die heißt Hintergrund entfernen. Und die schaue ich mir heute mal genauer an. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BILDNER TV, Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Wie gesagt, heute geht es um eine spezielle Funktion Hintergrund entfernen in Luminar Neo. Diese Funktion ist relativ neu, beruht auf künstlicher Intelligenz und soll eben das Freistellen, also quasi das Auswählen von Objekten, von Motivteilen erleichtern und den Hintergrund dann eben ganz automatisch entfernen, quasi transparent machen, damit man den Hintergrund dann gegen was anderes ersetzen kann. Dazu habe ich zwei Beispiele herausgesucht, einmal aus dem Bereich der Produktfotografie und einmal ein klassisches Porträt, bei dem man dann eben einen Hintergrund auswählt. Und ich werde euch beide Beispiele zeigen und das schon vorweg. Und ich werde euch die Probleme zeigen, die es auch tatsächlich trotz künstlicher Intelligenz mit Luminar Neo und dieser neuen Funktion Hintergrund entfernen gibt. Um aber gleich ins Thema reinzukommen, gleich rüber zu meinem Arbeitsplatzrechner und ich zeige euch Luminar Neo in Aktion. So, dann schauen wir uns mal an, was Luminar Neo beim Freistellen, beim Hintergrund entfernen für uns tun kann. Ich fange jetzt mal an mit der angekündigten Produktaufnahme, die im Studio entstanden ist, vor weißem Hintergrund, hier eine alte Hasselblatt-Kamera. Und ich möchte jetzt diese Aufnahme eigentlich freistellen, um sie dann irgendwo zum Beispiel auf Ebay zu präsentieren oder wie auch immer, also Hintergrund weg, irgendwas anderes einfügen. Und hier sieht man so ein paar Probleme, die diese Datei möglicherweise mit sich bringt. Wir haben hier zum Beispiel einen relativ geringen Kontrast gegenüber dem Hintergrund. Hier an den dunklen Kanten sollte es eigentlich keine Probleme geben. Hier wiederum eine sehr weiße, sehr helle Kante. Also solche Bereiche sind immer kritisch, wenn man automatisch freistellen möchte. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall keiner Illusion hingeben. Wenn der Hintergrund und das eigentliche Motiv nicht allzu sehr kontrastieren, dann wird es Probleme geben, egal in welchem Programm. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Um jetzt hier den Hintergrund rauszunehmen, also transparent zu machen, muss man in den Bereich Ebenen Eigenschaften und dann hier maskieren. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen gebraucht, um diese neue Funktion Hintergrund entfernen hier an dieser Stelle zu finden. Ist zwar logisch, also wenn man es mal gesehen hat, dann ist eigentlich klar, okay, die sollte sich hier befinden. Aber wenn man jetzt hier so rumscrollt und durchschaut, ist also dieser Befehl nicht sofort zu finden. Ich dachte eigentlich, wenn ich hier auf Extras klicke, würde ein Menü aufgehen, dass mir dann eben diese neuen Erweiterungen, die jetzt Lumina Neo dabei hat in der Pro-Version, die würden hier irgendwo auftauchen, ist aber nicht so. Also man kann, man kriegt hier eine Info. Und die Erweiterung, zumindest ein Teil davon, taucht hier auf. Die anderen Erweiterungen sind hier vorne schon im Katalog zu sehen, nämlich hier HDR-fokussierte Stapel hochskalieren. Das sind die anderen Erweiterungen. Und wie gesagt, die sechste Erweiterung, ich glaube, die sechste ist es, die befindet sich eben hier bei den ebenen Eigenschaften maskieren. Jetzt klicke ich hier mal auf Hintergrund entfernen. Und ihr seht schon, Lumina Neo fängt mal an, hier mit der künstlichen Intelligenz ein bisschen rumzurechnen. Das dauert einen Augenblick, allerdings nicht allzu lang. Und jetzt, also wenn man aus der Photoshop-Welt kommt, dann ist man es gewöhnt, Masken sind rot. Also hier alles, was rot ist, ist jetzt maskiert. Wenn ich jetzt hier auf Entfernen klicken würde, wäre der Hintergrund weg. Allerdings eben auch diese Bereiche hier, die nicht rot maskiert sind. Ich mache es jetzt einfach mal und dann zeige ich euch, was passiert. Hier diese Transparenz, also man sieht den Hintergrund durch. Die Transparenz legt sich jetzt auch hier über einen Bereich, der eigentlich nicht transparent sein sollte. Das ist jetzt eine kleine Enttäuschung. Ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass solche Bereiche unkritisch wären. Ich mache jetzt alles hier mal wieder rückgängig. Jetzt gehe ich nochmal auf Hintergrund entfernen. Und ihr seht schon, hier gibt es so ein paar Buttons, mit denen man dann diese automatische Auswahl verändern kann. Himmel bringt mir jetzt natürlich nichts, weil ich habe hier keinen Himmel. Architektur bringt seltsamerweise was. Also Architektur bedeutet dann natürlich, ich sagte ja künstliche Intelligenz hier, es geht hier um Strukturen wie von einem Haus, einem Hochhaus, was auch immer. Also eher was grafisch, kubisches. Und das hat hier ganz gut geholfen. Wasser und künstliche Untergründe bringt mir jetzt hier natürlich auch nichts. Jetzt klicke ich nochmal auf Entfernen. Und dann werdet ihr sehen, es gibt trotzdem noch einige Probleme, nämlich hier und hier. Auch hier im inneren Bereich der Kamera. Also hier dieser Bereich, da sieht man auch, hier scheint der Hintergrund durch. Und hier muss man jetzt einfach manuell nochmal nacharbeiten, nämlich hier über den Bereich Detaileinstellungen des Pinsels. Es gibt hier drei Buttons, die sind ganz wichtig, nämlich das Objekt. Also hier geht es natürlich um das eigentliche Objekt, dann geht es um den Übergang und es geht um den Hintergrund. Wenn ich jetzt hier im Objekt, also der Kamera, was verbessern möchte, dann klicke ich diesen Objektbutton an, suche mir eine Pinselgröße, die irgendwie passt. Und übermale jetzt hier diese inneren Bereiche, die definitiv maskiert werden sollen. Das kann man relativ grob machen und natürlich kann man diese Verfeinerungen dann auch immer feiner vornehmen, indem man hier einfach das Bild vergrößert, zum Beispiel auf 100% mit gedrückter Leertaste den Bildinhalt verschiebt und jetzt eben mit angepasster Pinselgröße hier diese Maskierung verfeinert. Ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Also man fährt hier möglichst exakt über das zu maskierende Objekt und stellt dann frei. Es ist ziemlich viel Handarbeit und um ehrlich zu sein, bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und gerade jetzt bei diesem Objekt, gerade in den Bereichen, die sich wirklich gut vom Hintergrund absetzen, dass man hier nicht ein besseres Ergebnis erzielt. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das Ergebnis jetzt so nach den ersten paar Nachkorrekturpinselstrichen aussieht, indem ich hier einfach irgendeinen Hintergrund einfüge. Nehmen wir mal hier diesen Farbverlauf, der ist recht plakativ. Den ziehe ich jetzt einfach mal so groß in den Hintergrund, dass er wirklich alles abdeckt. Hier bei der Opazität dieser Ebene gehe ich auf 100% und dann ziehe ich hier links die Ebene nach hinten. Und ihr seht, dass die Kamera steht jetzt eben vor diesem Verlaufshintergrund, vor dem Farbhintergrund. Und hier sieht man sehr deutlich, wo es tatsächlich Probleme bei der automatischen Auswahl gibt. Hier müsste man also wirklich massiv nacharbeiten, um hier ein sauberes Ergebnis zu bekommen. So als schnelle Auswahl mag das okay sein, aber ich hätte wirklich mehr erwartet, dass bei solchen Sachen diese automatische Auswahl besser funktioniert. Wenn ihr mehr, nein sogar alles über Luminar Neo erfahren möchtet, dann empfehle ich euch einen Blick in unser Buch zu Luminar Neo. Das Buch findet ihr bei uns im Online-Shop unter bildner-verlag.de. Außerdem, neben dem gedruckten Buch und der E-Book-Variante, beziehungsweise dem Wandel aus E-Book und gedrucktem Buch, findet ihr in unserem Online-Shop auch einige Gratis-Kapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt, um einfach mal ins Buch reinzuschnuppern und euch davon zu überzeugen, wie euch Luminar Neo, beziehungsweise unser Buch zu Luminar Neo im Alltag mit den Fotos weiterhelfen kann. Schauen wir uns jetzt aber mal was Naheliegenderes an, nämlich was mit Menschen. Dazu bin ich wieder hier im Katalog und suche mir ein Foto, ein Porträt. Moment, was war das hier? Und da probieren wir jetzt das Gleiche. Der Hintergrund soll weg und soll gegen was anderes ausgetauscht werden. Ich klicke wieder hier hin, gehe auf Bearbeiten und wieder hier über die Ebeneneigenschaften maskieren und jetzt auf Hintergrund entfernen. Das Programm fängt wieder an zu rechnen und die Maske sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Schauen wir mal, ob man hier nochmal ein bisschen was... Oh ja, da kann man noch ein bisschen verbessern. Das sieht doch gut aus. Himmel natürlich nicht. Architektur, ja, wird auch nochmal ein bisschen verbessert. Das finde ich jetzt ganz okay. Hier unten sieht man schon, hier gibt es so ein paar Sachen, die kann man noch nacharbeiten. Hier über den Objektpinsel nehme ich hier unten einfach das alles noch mit rein. Sollte jetzt eigentlich ganz gut passen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, ich glaube, die Freistellung ist ganz okay. Zumal das Ganze ja nur wirklich hier in ein paar Sekunden passiert ist. Und jetzt fügen wir mal einen rustikalen Hintergrund ein. Hier übrigens, man kann hier über das Pluszeichen auch wieder eigene Bilder importieren. Schauen wir mal, ob wir hier... Hier, das ist doch ganz schön. Das hier, das ziehe ich jetzt als neue Ebene ein. Ich gehe gleich hier mit der Deckkraft wieder auf 100% und ziehe die Ebene hinter mein Porträt. Und jetzt vergrößere ich das mal. Ja, das sieht doch gut aus. So wie ihr gesehen habt, es gibt durchaus einige Knackpunkte in der neuen Funktion Hintergrund entfernen bei Luminar Neo. Man sollte sich also sehr klar machen oder vorher schon klar machen, welche Objekte kann ich tatsächlich freistellen? Wo ist es sinnvoll, diese künstliche Intelligenz anzuwenden? Beziehungsweise wo muss ich denn tatsächlich erwarten, auch mit Handarbeit, also mit diesen Maskierungspinseln noch nachzuarbeiten? Also ich denke, für einige Familienfotos, für viele Anwendungen im Bereich Porträt, aber auch Landschaften, ist diese Funktion tatsächlich sehr hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video ein bisschen weiterhelfen konnte im Hinblick auf die neuen Funktionen von Luminar Neo. Es gibt noch mehr Funktionen. Mal schauen, was da noch Interessantes da ist. Da werden wir dann hier noch weitere Videos zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bei Gelegenheit bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit der digitalen Fotografie. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020